Jonas, hör auf. Es geht noch kaputt. Danke, seit einer halben Stunde SOS. Und keiner merkt was. Bei mir ist er auch SOS. Ich find diesen blöden Weihnachtsengel nicht. Kühnmann bringt mich um. An Weihnachten? An Weihnachten. Ah. Wir haben Glück. Ich find den hässlich. Das ist überhaupt kein Ausdruck. Der ist geradezu scheußlich. Und wieso kommt der dann auf die Spitze des Baumes? Weil ihn deine Oma von ihrer Mutter bekommen hat. Und die wahrscheinlich von ihrer Großmutter und so weiter und so fort. Tut mir leid, Mom. Oma liebt doch Vögel. Ja. So. Jonas! Alles klar, Freude. Papa! Und lächelt? Ja, so ist schön. Ja, süß so. Oh, klasse. Und eine große Bewegung? Ja. Super. Super lieblich. Schön. Dorof. Ach, Dietrich. Hallo. Eine Sekunde mal. Was machst du denn hier? Du, ich bin im Auftrag meiner Liebsten hier. Wie geht's dir? Na gut. Ich soll dir ausrichten, dass sie sich wirklich sehr freuen würde, wenn du heute Abend mit uns feierst. Ach, das ist super lieb. Und du, freust du dich auch? Ja, was für eine Frage. Entschuldige, dass sie... Das hätte ich nicht machen sollen, nicht? Ach Mensch, ich finde dich einfach so süß. Denkst du, mir geht das anders, aber... No, ich kann das nicht. Ich bin nicht der Typ dafür. Ja. Den Anrufbeantworter hören Sie bitte alle zwei Tage an. Wie wird da nicht drauf sein? Und die Post? Bitte legen Sie ihm den Karton rechts neben der Türe. Wann hört denn dieser U-Bau endlich auf? Das kann sich ziehen, Frau Hartz. Wann ich zurückkomme, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Zweimal wöchentlich. Es wäre möglich, dass mich meine Familie etwas länger da behalten möchte. Ich brauche den Föhn. Hier. Danke. Kommst du mit deinem Experiment voran? Und wie ein Experiment? Ich gebe nicht auf. Ist das eigentlich gut, wenn du so viel von dem Zeugs da raufschmierst? Was soll ich denn machen? Soll ich mir stundenlang Vorträge anhören, dass ich bewusster leben und mehr auf die Signale meines Körpers achten soll? Nein, danke. Du kannst an der Mutter ja auch sagen, dass du diese Allergie nur bekommst, wenn sie auftaucht. Das kannst ja du für mich erledigen. Hallo, du bist ja schon wieder größer geworden. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, sei das. Lucy. Hallo. Du bist ja immer hübsch. Mama, Anna, du hast ja immer noch diesen scheußlichen Hautausschlag. Ist schon besser geworden. Schön, dass du da bist. Wir singen ein paar Lieder. Dann haben die Kinder Gedichte vorbereitet. Friedrich liest aus dem Weihnachtsevangelium. Und dann ist Bescherung sehr schön. Du müsst ja echt jedes Jahr denselben Scheiß durchziehen. Wieso sagst du Scheiß? Was hat Lucy gesagt? Sie hat Scheiße gesagt. Nichts hat sie gesagt. Wenn Doro kommt, fangen wir an. Diese Doro feiert aber nicht mit uns. Doch. Ich dachte, wir bleiben en famille. Sie ist meine beste Freundin, Mom. Ich freue mich das ganze Jahr auf Weihnachten mit euch. Sie stört doch niemanden. Ich persönlich finde sie ein bisschen oberflächlich. Oberflächlich? Du kennst sie doch gar nicht. Aber es ist wieder mal typisch für dich. Dir geht es nur gut, wenn du jemanden runter machen kannst. Und dir geht es nur gut, wenn du mit mir streiken kannst. Scheiße, hört auf. Es ist Weihnachten. Und das ist Doro. Mom. Doro ist allein. Und mein Gott, an solchen Tagen wird man nun mal leicht depressiv. Hallo, hier kommt der Weihnachtsmann. Oh, schön, dass du da bist. Annabelle, da draußen steht vier junge Damen. Ich habe keine Ahnung. Schön, dass das geklappt hat. Ich sehe, die Überraschung ist mir gelungen. Die jungen Damen kommen aus Thailand und zeigen uns jetzt einen Tanz, bei dem es um die Versöhnung von Gegensätzen geht. Ich dachte, das passt zu Weihnachten und zu uns. Ich habe einen Tanz, Untertitelung des ZDF, 2020 Das war mein Geschenk für euch. Es kam von Herzen. Tolle Idee, Frau Hartwig. Tja, dann würde ich sagen, halten wir es mit Lucy und machen nicht denselben Scheiß wie jedes Jahr. Und weil wir schon bei der Bescherung sind... Aber nein, Annabelle. Dein Programm ist wunderbar. Die Mädchen konnten nur nicht später. Nein, nein, ist ja immer derselbe Trott. Für Jonas sind Traditionen wichtig. Kind, weißt du, dass ich eigens bei einer Geschenkberatung war? Ich habe mich psychologisch beraten lassen, was man einem Menschen schenkt, der grundsätzlich alles missbestimmt. Ich sehe nur eins, dass es kaum eine Stunde dauert, bis du das Ruder wieder an dich gerissen hast. Warum kannst du nicht akzeptieren, dass das hier meine Familie ist und nicht deine? Soll ich mich unsichtbar machen? Oder gar nicht kommen? Also das ist jetzt der Augenblick, wo ihr euch noch entscheiden könnt, ob ihr mit mir oder ohne mich feiern wollt. Luzi, was ist Tradition? Der zoff zwischen Omi und Mami. Kannst dir vorstellen, dass ich euch beleide? Da war auch jahrelang dran gearbeitet, an dem Chaos. Ja. Eine war voll der Trossel. Schön, nicht? Scheiße. Was denn, du hast ja immer so eine Spreitschlose gewünscht? Die ist ja auch cool, aber nicht für mich. Ich habe dir damals immer einen Gutschein geschenkt, Annabelle. Und dann bist du mitgekommen und hast mir gesagt, was ich kaufen soll. Weil ich dich beraten wollte. Annabelle, wo ist denn eigentlich unser Weihnachten? Den habe ich einfach nicht mehr gefunden. Weißt du, was mir dieser Engel bedeutet? Das ist der Familienengel. Der hat... Annabelle, ist das nicht jetzt der richtige Zeitpunkt, um Mama unser Geschenk zu überreichen? Mit einer Teilhänderin können wir natürlich nicht mithalten. Ach, vielleicht auch doch nicht. Wir wollten dir mal was schenken, was du dir wirklich wünschst. Ja, es ist ein Gutschein. Du kannst dir ja schon mal überlegen, was so dein Herzenswunsch wäre. Ist das wirklich euer Ernst? Dann wünsche ich mir, dass ich für ein paar Tage bei euch unterschlüpfen darf. Mein Haus wird renoviert und ihr wisst doch, wie geräuschempfindlich ich bin. Ja, das ist ja eigentlich mehr ein Geschenk für uns, Edda. Bleibt Umi für immer bei uns? Nein, keine Angst. Annabelle, ich werde dir auch helfen, wo ich kann. Ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Du siehst so mitgenauen aus. Du musst unbedingt etwas für dich tun. Nur für dich. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Hier vor meiner Bank. Ein Gutschein für ein Seminar- und Wellnesswochenende. Ich bin die einzige Teilzeitkraft aller Münchner Filialen, die diese Auszeichnung verhalten hat. Ist ja auch kein Wunder, da du der Hälfte der Zeit für drei schuftest. Gratuliere, Süße. Wann geht's denn los? Im Sommer. Erst? Trotzdem, das ist genau das, was du brauchst, Kind. Wie soll ich das bloß aushalten mit dir unter einem Dach? Ich bin ja schon nach einem Tag fix, man Fuxi. Ach, Annabelle. Versuch einfach mal ein bisschen souveräner zu sein. Ich bin ein bisschen anders, als du, ich ertrage Ihre Übergriffe nicht. Sag mal, wie lange sind wir schon verheiratet? 16 Jahre. Guck mal, und so lange bin ich schon scharf auf dich. Ist das normal? Nicht deine Mutter. Sollst du noch hören, dass wir noch Spaß mit den Annahmen haben. Jetzt zeig mir mal, wie scharf du noch bist. Tschüss. Mach's gut auf deiner Schönheitsfarbe, Annabelle. Mach ich mal. Tschüss, Mama. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Nächstes Wochenende schmeiße ich sie wirklich raus. Ein paar Tage wollte sie bleiben. Das ist schon fast ein halbes Jahr. Du, aber dafür ist deine Allergie besser geworden. Ja, mit einer Tube Kortison pro Woche. Kann man in der Haut bald den Fetzen abziehen. Kühn machen wir im Mittelpunkt der Welt. Wenn ich sie einmal brauche. Ach komm, das schaffen wir schon ohne sie. Wie denn? Wenn du alle zwei Stunden in deinem Labor musst, zu deinem Versuch. Ich ruf Doro an. Ich kann auf Jonas aufpassen. Ja, genau. Und eine Pizza können wir auch noch in den Ofen schieben. Ah, mit Frau Maus wären wir wohler. Ach, warte mal, Annabelle, ich... Und ich? Bin ich keine Frau? Kann es sein, dass du es kaum erwarten kannst, dass ich weg bin? Wir haben eine Abmachung fürs Wochenende. Wenn Doro kommt, tue ich überhaupt nichts für die Schule. Das werden wir ja sehen, Schätzchen. Blöde Kuh. Nein, nein, nein. Du, ich glaube nicht, dass das nötig ist. Was habt ihr denn? Mein Gott. Doro wünscht sich doch immer eine Familie. Dann kannst du gleich mal ausprobieren, wie das ist. Doro? Ja, Annabelle hier. Sag mal, hast du am Wochenende schon was vor? Nicht. Na, das trifft sich gut. Die Farbtyp-Beratung ist ja unser heutiges Thema. Kasten, Eieruhr, Trapez und Birne. Das sind die fraulichen Formtypen. Die Farbtypen teilen wir dann wiederum nach den Jahreszeiten ein. Ach, würden Sie vielleicht mal zu mir kommen? Dankeschön. Ihr Name bitte. Annabelle Schrader. Mit welchem Formtyp haben wir es denn bei Frau Schrader zu tun? Und was würden Sie meinen? Eieruhr. Richtig, richtig, richtig. Eine Eieruhr. Sehen Sie einmal. Das nicht zu stark ausgeprägte Becken. Die schöne, schmale Taille. Die ansprechende Brust. Aber, nun schauen Sie einmal, wie Frau Schraders Tarn aufblühen. Aber auch ganz blass und nahezu zurückweisend erscheinen kann. Na, welche Farbe steht ihr? Grün. Edda? Martin! Gut siehst du aus. Unglaublich. Du bist immer noch derselbe Charmeur. Ich hätte nicht gedacht, dass du auch zum Klassentreffen kommst. Ich hatte dringend Tapetenwechsel nötig. Ich wohne seit Weihnachten bei meiner Tochter. Sieh an. Edda hat eine Tochter. Ja, du wolltest doch auf keinen Fall, Kinder. Äh, bist du nicht in die Wissenschaft gegangen? Ja, das hat nicht geklappt. Dazu wäre ein Gatte nötig gewesen, der sich für seine Tochter zuständig fühlt. Sag mal, müssen wir uns das antun? Mit den ganzen alten Leuten da drin? Ich bin eigens drei Stunden hierher gefahren. Weil ich vier. Und jetzt weiß ich auch, warum. Sag mal, äh, ich kenne da ein ganz nettes Lokal in der Nähe. Dann aber schnell, damit uns keiner sieht. Ich krieg's nicht raus. Was ist los mit dir, Lucy? Ich dachte, ich hätte's verstanden. Hast du auch. Aber du bist blockiert. Du solltest einfach mal einen Moment nicht an Mathe denken. Du bist gut. Dein Dienstag ist Schulaufgabe. Wo willst du hin? Ich muss noch aufs Klo. Aber vorher krieg ich einen Kuss. Was? Aber ich steh überhaupt nicht auf dich. Jetzt komm schon. Jetzt lass dich sonst nicht raus. Auf mit dem Quatsch. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Schlappe. Schlappe. Lass mich. Schlappe. Schla Tage. Lass mich. Schlappe. Schlappe. Swingscheit. Das war's für heute. Doro, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Geh du mal bitte her, ich kann mich jetzt nicht haben. Was, Schrader? Annabelle! Doro, ich wollte eigentlich nur wissen, ob mit den Kindern alles okay ist. Ja, alles okay, mach dir keine Sorgen. Mit Lucy kommst du auch zurecht? Ja, gar kein Problem, die ist brav zur Nachhilfe. Du, es ist total lustig hier, hab nochmal ganz lieben Dank, ja? Mach dir noch einen schönen Abend und genieß die Zeit. Ja, tschüss, Süße. Oh, Scheiße. Und ich bin also der herbstblätterfarbene Eierohrtyp. Und das soll mein Selbstbewusstsein schulen? Und meine Lieblingsfarbe ist blau und ausgerechnet blau soll ich nicht mehr tragen. Du kannst ja anziehen, was du willst, dass du sowieso quatschst in deinem Alter. Na, bei Typen wie der Wanderlatte, sicher. Wanderlatte? Unser Abteilungsleiter. Der wandert nämlich immer durch unsere Heiligen. Und zwar mit einer Latte, wenn er so junge Kollegin wie Sabine trifft. Ach komm, bei dir bleibt er auch immer drei Stunden stehen. Wie stehen? So, meine Damen. Und stopp. Und stretchen. Wer von Ihnen hat Kinder? Ich zwei. Und wer hat Führungsaufkommen? Ja. Sie sehen, die Gesellschaft verhindert, dass wir Kinder und Karriere miteinander verbinden. Ist das so schlimm? Ich meine, wenn man sich für die Kinder entschieden hat. Ja, und ihre Talente, was passiert mit denen? Ist doch auch ein großes Talent, eine gute Mutter zu sein. Sag mal, hat dir das dein Mann eingeredet? Also, mein Mann hätte mich auch unterstützt, wenn mir die Karriere wichtiger gewesen wäre. Aber wenn ich vor der Frage gestanden hätte, mein Kind zu bekommen oder Bankdirektoren zu werden, ich hätte mich immer für meinen Sohn entschieden. Ja, aber das ist doch nicht die Alternative. Kinder sind eine große Aufgabe und verlangen viel Zeit. Man kann eben nicht alles haben. Also, ich würde sagen, wir diskutieren das hinterher. Lucy! Jonas? Jonas! Lucy! Hey! Was ist denn los? Hm? Ein, ein toter Eichel her. Oh, sei nicht traurig. Bin mir sicher, Vögel kommen auch in den Himmel. Ja. Ja, Papa! Eigentlich wollte ich immer was ganz anderes machen. Ja, Entwicklungsgien zum Beispiel. Das macht mir wenigstens was Sinnvolles. Ja, aber dann war Lucy unterwegs. Ja, und dann kam das Angebot von der Uni. Verstehe. Annabelle! Hallo! Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten ohne euch. Ja, wieso war es denn nicht schön? Ja, doch! Na, ich gehe da mal. Ja, bist du verrückt? Was denkst du, was ich dir alles erzählen muss? Hi! Hi! Doch, mein Schatz. Du, ein andermal. Das passt mir jetzt ganz gut. Ich muss noch ein paar Filme entwickeln. Aber doch nicht jetzt! Doch, jetzt. Tschüss, Süße. Tschüss, Friedrich. Tschüss. Mach's gut, Doro. Schön, dass ich wieder da bin, ne? Ja. Du kannst dir ja nicht vorstellen, wie sich manche Frauen des Lebens selbst schwer machen. Kaum einer hat noch eine intakte Beziehung. Hm. Aber eins sage ich dir. Ab heute mache ich mehr für meinen Körper. Und neue Klamotten lege ich mir auch zu. Nicht, dass du eines morgens aufwachst und mich nicht mehr lieb hast. Dabei scheißen, wo kommst du denn darauf? Hm, ich hatte so eine Sehnsucht nach dir. Ich glaube, es tut uns ganz gut, wenn wir ab und zu mal was allein machen. Ja. Was ist das? Das fragst du mich? Ich habe keine Ahnung, wie die hierher gekommen ist. Du hast doch nichts mit Doro. Äh. Du vögelst mit meiner besten Freundin? Ja, aber wir waren doch gar nicht hier. Annabelle, warte doch mal. Annabelle! Annabelle, du bist noch wach. Ich muss dir unbedingt vom Klassenkreffen erzählen. Mama, ich bin alt und spießig geworden, sage ich dir. Was ist denn los? Frau Friedrich! Annabelle! Was machst du denn so allein auf der Straße? Ist schon in Ordnung. Ich bin aber einen ganzen Lieber. Schön für dich. Verschwinde! Komm schon, ich zeig dir ganz was Schönes. Du sollst verschwinden, Mann! Hey, hast du nicht gehört? Du sollst dich verpissen. Ciao! Ciao! Ich brauche keine Hilfe. Ist das eine neue Sportart? Nightwalking. Ist wahrscheinlich total angesagt. Wie hab's nicht gemerkt? Oder sie ist beim Bund und macht noch einen Entschirungsmarsch. Hey, dir geht's doch nicht gut. Ich will nicht mitkommen. Wir sind okay. Ich bin Rilke. Es ist Niki. Hey. Annabelle. Ich hoffe, du magst Pink Cream 69. Was? Die Musik. Geht so. Aber was machst du so spät auf der Straße? Ich wollte eine Kollegin besuchen in Schwabing. Zu Fuß? Was, wie weit das ist? Schon mal was davon gehört, dass sich manche Frauen ihre Figur harte arbeiten müssen? Recht? Wie ist das bei deiner Mutter, Rilke? Hat meine Mutter überhaupt eine Figur? Ist auch ziemlich gut, die Musik. Danke, war echt nett von euch. Was denn mit dir los? Ist ja schwindlig. Ja, es geht schon. Von wegen, du bist ja völlig fertig. Also so können wir dich nicht hier lassen. Na, nochmal was von den Kreislauf-Tropfen? Um Gottes Willen. Ich bin schon halb tot. Ich gehe mal in die Eier. Muss morgen noch zu einer Hochzeit. Wenn ich die verpenne, dann streicht man halt das Taschengeld. Danke für alles. Gern geschehen. Tja, dann werde ich mal jetzt... Weißt du, wie spät es ist? Nee. Na, außerdem lasse ich dich in dem Zustand nicht nochmal auf die Straße. Hast du ein Gästezimmer? Ist dir meine Matratze nicht breit genug? Wie? Ist er hier bei dir? So oft machst du diese Ausflüge aber nicht. Nee, kann man nicht sagen. Das Bad ist die zweite Tür rechts. Eine frische Zahnbürste liegt auf dem Regal. Und das darfst du anziehen. Das darf ich anziehen? Mhm. Gut. Gut. Du hast was Schlimmes erlebt, oder? Du musst nicht drüber reden, wenn du dich weißt. Schlaf gut. Gute Nacht. Jetzt bin ich seit 15 Jahren verheiratet. Und seitdem habe ich nie neben einem anderen Mann gelegen. Nicht mal neben einer Freundin. nicht mal neben einer Freundin. Ja, Mann. Oh, mein Schatz. Oh, mein Schatz. Oh. Oma hat gesagt, ich soll meinen Joghurt aufessen, sonst kriegt sie nicht mit mir um den zu. Was? Hoppala. Mom? Ich mag solche Erpressungen nicht. Jonas soll essen, wenn er Hunger hat. Ist das dein einziges Problem? Ist das nicht furchtbar, gut, Friedrich? Als ob es was Neues wäre, dass Männer triebhaft sind. Wie konntest du nur so die Nerven verlieren, Annabelle? Die Kinder waren völlig aus dem Häuschen. Was ist triebhaft? Ich stehe vor den Scherben meiner Ehe und du machst mir Vorwürfe? Entschuldige bitte, ich habe es immer so gehalten, nicht vor den Kindern zu streiten. Und jetzt hältst du dich raus? Hast du überhaupt kein Mitgefühl mit mir? Ich habe dir bereits erklärt, ich finde, es geht jetzt ausschließlich um die Kinder. Lucy, sag doch auch mal was. Ich halte mich da raus. Was ist triebhaft, Mami? Bist du sauer, weil Papa wieder zur Schule muss? Zur Schule? Er ist bis Donnerstag zu einer Schule gefahren. Ach, das heißt Schulung, mein Schatz. Das ist der Anschluss von Duru Tanning. Ich bin leider erst ab Donnerstag wieder zu sprechen. Unterlasst mir noch eine Nachricht. Tschüss. Die Schweine. So. Tschüss, mein Schatz. Mach dir einen schönen Tag. Tschüss. Bist du traurig, Mami? Ich habe nur was ins Auge gekommen. Außerdem bin ich stolz auf dich, weil du so ein kleiner, großer Mann geworden bist. Tschüssi, mach's gut. Tschüss. Morgen, Frau Schrade. Guten Morgen, ich gieße nur die Blumen. Sie auch? Dann hat sie uns wohl beide gefragt. Ich mache das schon, danke. Tschüssi, mach's gut. Tschüssi, mach's gut. Einen schönen guten Tag, Herr Kolja Bengt. Mein Name ist Anderbel Schrade. Was kann ich für Sie tun? Ja, dann brauche ich das Kennwort und die Geheimzahl. Dauerauftrag Nummer 5, Empfänger Wilhelm. Storniere ich zum nächsten Ersten. Gut. Sonst noch was, Herr Berger? Sie haben ja schon gesagt, dass ich eine wunderschöne Stimme habe. Guten Dank. Wiederhören. Ich fand dich so klasse, wie du vor diesen Pseudo-Hemanzen von deiner Familie geschwärmt hast. Das war mutig. Wenn ich den richtigen Kerl erst habe, musst du mir unbedingt Tipps geben. Wirklich, ich beneide dich um deine Familie. Annabelle, was ist denn los? Achtung, Banderlatte. Ja, hier Kolja Bengt. Mein Name ist Annabelle Schrade. Was kann ich für Sie tun? Dann brauche ich das Kennwort und die Geheimzahl. Passt. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Wir tun, was wir können. So, Wiederschauen. Wiederschauen. Wiedersehen. Hier für dich. Komm, Lucy. Ich habe keine andere Wahl. Ich begreife Friedrich nie, wie sie an mir wehtut. Papa kann da echt nicht so viel dafür. Warum verteilst du ihn? Wir haben leider keine Zeit. Hallo, mein Schatz. Doro hat Papa doch systematisch angepackt. Das ist doch Quatsch. Wann denn? Für dich gibt es ja nur den Dauerstress mit Queen Mom. Du hättest nie was gemerkt, wenn ich... Wenn nicht was. Lucy. Ich glaube, so wirklich droh wäre so blöd gewesen, ihre komischen Papierkügelchen im Bett zu lassen. Du warst das? Ich wollte verhindern, dass sie uns Papa wegnimmt. Aber wenn ich gewusst hätte, wie du reagierst, dann hätte ich ihn nie verraten. Lucy. Hey. Was soll ich denn machen? Soll ich so tun, als wäre nichts gewesen, oder was? Du machst alles kaputt. Ich? Dein Vater ist mit Doro auf Liebesreise, Menschens. Ach, lass mich doch mit allem Scheiß in Ruhe. Lucy. Hey, komm. Warte mal. Ich weiß, wie schwer das alles für dich ist. Du hast uns beide lieb und... Hey. Wollen wir mal zusammen ein Konzert gehen? Pink Cream 69 zum Beispiel? Wo kennst denn du die? Ich kenne doch jeder, oder? Oh. 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 Was ist denn hier los? Mir ist nach Veränderung zumute. Ich dachte, du gehst bald wieder in deine Wohnung. Ach, ist doch gleich wieder umgestellt, Kind. Hm. Neu? Tja, meine Liebe. Du redest vom neuen Outfit. Ich lege es mir zu. Ich finde, der Omi ist wie fettiger als du. Na, das habe ich heute noch gebraucht. Geht es vielleicht ein bisschen weniger peinlich? Wieso? Die sitzt doch gut. Ja, klar sitzt die gut. Trotzdem. Was? Es ist peinlich, wenn du so tust, als wüsstest du nicht, wie alt du bist. Du bist ganz schön gemein. Wenn dir egal ist, was die Leute denken, dann lass sie an. Wenn sich jemand anmacht, denkt ihr nichts. Wie, Anna? Ja, wegen deinem Alter. Hey! 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 Was ist denn hier? Es ist Vicky. Willkommen. Es ist gut. Hi! Deine Schwester, Anna Böhm. Genau, die große Schwester. Sieht man so vor. Schmerz, mach ich dann hier bei allen. Ja! Ist da ein Mädchen gestört? Brauchst du, dann ist sie auch hier. Da konnte ich nicht. Schmerz, mach ich nicht. Was ist denn? Lucy, ich hau ab, mir ist nicht gut. Ich möchte aber noch ein bisschen bleiben. Kannst du doch. Setzt du sie dann in ein Taxi? Mach ich. Aber gleich nach dem Konzert, versprochen? Versprochen. Viel Spaß. Danke. Tschüss. Tschüss. Wollen wolltest du mich denn entführen? Lass dich überraschen. Dir geht's besser, oder? Ich habe noch keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Wow. Wir proben ja mit unserer Band. Du hast eine Band? Mhm. Und was spielt ihr so? Ach so. People are strange. Mhm. People are strange, when you're a stranger. Hey, probier's mal mit dem Mikrofon. Vergiss jetzt. Ihr hört dich keiner. Nein. Mach's trotzdem. Überredet. People are strange, when you're a stranger. Faces look ugly, when you're alone. Women seem wicked, when you're unwanted. Streets are uneven, when you're dumb. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Wo kannst du das? Zweimal die Woche Staubsaug. Hast du Lust, mal mit uns aufzutreten? Nee. Und wieso heißt du eigentlich Rilke? Ach du, ich hab früher Songtexte geschrieben. Und Gedichte, da hab ich den Spitzenamen bekommen. Willst du was trinken? Ja, gerne. Rotwahl. Mami, ich, ähm, es gab kein Taxi. Lucy. So viel sind deine Versprechungen also wert, ja? Du bist auch nicht nach Hause gegangen. Ich dachte, du wärst so müde. Dann wird man nicht frech, meine Kleine. Du scheißt mich doch nur zusammen, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Ich möchte mit dir jetzt hier nicht diskutieren. Nach Hause kommen. Tut mir leid. Soll ich fahren? Das mach ich schon, Micky. Komm. Ich find das peinlich, dass meine Mutter mit Typen in meinem Alter rumzieht. Ich find was ganz anderes peinlich, aber darüber reden wir zu Hause. Anna, wenn du bleibst, du denn so lange? Ich warte seit Stunden auf dich. Was ist denn los? Jonas hat Fieber. Und wie hoch? Ich hab's nicht gemessen, aber er glüht. Sonst noch was? Seine Mutter. Sonst noch was? Bist du mir noch böse? Nein. Ich glaub, ich bin auch krank. Die Krankheit kenn ich. Ich komm gleich an. Guten Morgen. Morgen. Hast du später Schule, Lucy? Ich bin krank. Krank? Jonas ist tapfer in den Kindergarten gegangen, obwohl er gestern hohes Fieber hatte. Der steht dann auf seinem Kindergarten. Ich finde, Schule zeitverschwendig. Ach, woher hast du denn diesen Blödsinn? Ich kann dir nur raten, mach nicht den selben Fehler wie deine Mutter. Die wäre heute glücklicher, wenn sie die Schule nicht geschmissen hätte. Mama hat die Schule geschmissen? Weil sie sich in Papa verknallt hat. Und heute ist sie eine frustrierte Ehefrau und er rennt einer anderen nach. Aber doch nicht, weil sie die Schule geschmissen hat. Außerdem ist das meine Sache. Du hast ja noch nicht mal die mittlere Reife. Na und? Vielleicht hab ich sie nie. Bin ich dann kein Mensch? Ich persönlich hatte mehr von Menschen, die ihre Chance nutzen. Mein Gott, mach doch nicht so einen Druck. Da musst du ja das Gegenteil tun. Ja, so bist du. Und so warst du immer. Du bist ja nur auf ihrer Scheite, weil es gegen mich geht. Mann, mir geht's heute nicht so gut. Müsst du deswegen so einen Aufstand machen? Annabelle? Ich kenne die Tür hier nicht auf. Annabelle? Was ist denn hier los? Und, wie war deine Schulung? Hast du dazugelernt? Was für eine Schulung? Ach so. Schatz, ich musste Klarheit über Dore bekommen. Wenn du noch einmal, Schatz, sagst, mach ich gleich wieder zu. Zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Ergebnis? Das geht nicht so schnell. Schatz. Kannst du dir vorstellen, dass ich auch ziemlich durcheinander bin? Du Ärmster. Komm wieder, wenn du mehr weißt. Annabelle, jetzt schalte bitte nicht auf stur. Annabelle? Du öffnest Friedrich jetzt sofort die Tür. Für den Tun bin ich 20 Jahre zu alt, Mann. Schreib mir auf, was du brauchst und dich schickst dann in den Boro, ja? Schatz. Annabelle! So kommen wir doch nicht weiter. Was soll ich denn jetzt tun? Die Tür entschlagen, oder was? Auf und auf noch mal. Dann siehst du, was du anrichtest. Ich muss schon das vom Kindergarten abholen. Lass mal. Kümmer du dich um Lucy, ich gehe schon. Danke. Lucy? Ich gehe jetzt zu Niki. Ich hoffe, du sperrst mich nicht auch aus. Das ist doch Quatsch. Sag mal, verstehst du mich nicht auch ein bisschen? Ich habe keinen Bock mehr, euch immer alle zu verstehen. Lucy! Komm nicht so spät, ja. Ja, Schrader? Rilke, hallo. Heute Abend? Das weiß ich nicht, ob ich da kann. Nee, nee, warte, warte. Ich kriege das schon hin, okay? Gut. Bis dann. Tschüss. Ich will mit meinem Vater reden. Friedrich? Was ist denn hier passiert? Ja, das möchte ich auch gerne mal wissen. Lucy! Lucy, du fehlst mir. Was hast du dir früher überlegen können? Ich glaube, ich lasse dich mal lieber allein. Scheiße! Sag mal, willst du was trinken? Nee. Setz dich mal. Wir könnten doch mal was zusammen unternehmen. Was hältst du davon? Vielleicht in ein Konzert gehen? Da war ich gerade mit Mami. Ach ja? Wo denn? Papa, du musst doch gewusst haben, worauf das rausläuft. Also, ich hatte bestimmt nicht die Absicht, irgendwas kaputt zu machen. Das kannst du mir schon glauben. Ihr seid doch immer so schlau. Aber wenn es um Sex geht, hinkt ihr völlig aus. Ach, das geht doch nicht nur um Sex. Kannst du nicht mal versuchen, mit Mama zu reden? Sie gibt mir doch überhaupt keine Chance. Wenn du eine doofe lässt, gibt sie dir eine. Sag mal, kannst du es nicht mal versuchen? Ich? Ja. Ich soll mit Mami reden? Ja, du kannst doch... Du spinnst doch. Scheiße, wenn du dein Leben noch selbst in Ordnung hast. Ich gebe ja zu, dass das so eine Sauberfläche mit einer Idee war. Lucy! Schlaf gut, mein Kleiner. Gute Nacht. Träum was Schönes. Und ich wäre wahrscheinlich zum Klassentreffen gefahren. Meine Tochter hätte mich eigentlich gebraucht. Also, Fügung klingt mir ein bisschen zu kitschig, Martin. Aber schön war's. Weißt du, bist in der Stadt? Warum sagst du das nicht gleich? Klar bin ich flexibel. Wann und wo du bist. Kann ich dich gleich zurückrufen? Mom, ich bräuchte deine Hilfe. Kannst du nach Jonas gucken? Ich bleib auch nicht lange weg. Hey, er ist wieder völlig in Ordnung. Ich hab leider was vor. Du willst mir nicht helfen. Du willst, dass ich hier zu Hause sitze und warte, dass Friedrich seine Affäre beendet. Warum bist du denn so aggressiv? Weil du dich immer in mein Leben einmischst. Und wenn ich dich mal brauche, dann hast du was vor. Annabelle, ich hab mich gerade verabredet. Ich auch. Und ich lass mir das von dir nicht kaputt machen. Klar? Wie findest du das Auto von meinem Baby? Weiß ich nicht. Muss ich erst mal testen. Vorsicht! Ich liebe den Thrill. Lucy in the sky. Bitte lass mir noch ein bisschen Zeit, Niki. Da ist ein fremder Mann an der Haustür. Das ist Martin. Den kannst du reinlassen. Aber es gibt viele Martins. Zu riskant. Dann frag ihn, wer unser letzter Deutschlehrer war. Zehltmeier. Das ist wirklich selten. Zehltmeier? Unser Deutschlehrer? Hab ich vergessen. Ey, warte mal. Zehltmeier? Ah, guter Test. Von Omi. Ah ja. Dein Wagen? Mein Wagen. Warum schaute ich nicht selbst, ob ich gefährlich bin? Komm mit. Ja. Bist du sicher, dass du alle ausprobiert hast? Ich hab noch einen. Oh, danke. So, äh. Geht auch nicht. Wie viel ist dir deine Freiheit wert, Edda? Ich will hier raus. Sofort? Natürlich sofort. Dann geh mal weg von der Tür. Und du auch. Das war filmreif. Frage mich bitte nicht, wo ich das gelernt habe. Jetzt möchte ich aber schon wissen, wieso dich deine Tochter hier eingesperrt hat. Mami ist nervös zur Zeit. Ich glaube, du gehst jetzt besser ins Bett. Bei Freunden schlaf ich nie. Heute schon. Ich stelle mir gerade vor, wie es wäre, in einer Welt zu leben, in der es keine Erwachsenen gibt. Eigentlich müssten wir so zusammentun und irgendwo im Dschungel oder in der Wüste einen Platz suchen. Nach ein paar Jahren leben da lauter Erwachsene. Das wären andere Erwachsene. Komm jetzt bitte runter, Lucy, okay? Ich dachte, du liebst den Thrill. Können wir noch was unternehmen? Meist passiert nichts in die Sessions haben bis 5 Uhr morgens. Manchmal rufen die Nachbarn nach 10 Minuten die Polizei und das war's. Da geht's rein. Was? Ja. Kommst du? Ja. Das ist ja Ausredensbruch hier. Echt? Ja, da ging der die, oder? Hey, hey, Rilke, bist ja nett. Hey, was kommst du zu spät? Ich mach heute nicht mit. Das ist übrigens Bella. Hi. Hey Leute, ohne Applaus macht es nicht. Los, Lucy, geht's. Jetzt ist er ganz weit weg, der kleine Mann. Soll ich's mal versuchen? Mein Sohn will mich doch partout nicht zum Opa machen. Habt ihr ein gutes Verhältnis zueinander? Ja, es gab Zeiten, da flogen die Fetzen zwischen uns. Aber seit ein paar Jahren verstehen wir uns ganz gut. Und wie habt ihr das hingekriegt? Irgendwann wiederholt man sich nur noch. Da werden selbst die größten Konflikte langweilig. So weit bin ich mit meiner Tochter noch nicht. Ich glaube, ich möchte dich auch nicht zur Mutter haben. Was soll denn das heißen? Na ja, du hattest immer sehr präzise Vorstellungen von allem. Vielleicht muss man dich tatsächlich ab und zu in dein Zimmer einsperren. Martin, du bist unverschämt. Ich glaube, ich kann für nichts garantieren, wenn Annabella heimkommt. Dann muss ich hierbleiben, um das Schlimmste zu verhindern. Nein. Nein. Du kannst es dir ja noch mal überlegen. Ich bin zu einem Schandtagen bereit. Ich möchte euch jetzt den Musikerinnen vorstellen, die ich erst vor kurzem kennengelernt habe, wo sie längst ein Geheimtipp ist. Ihre Stimme ist außergewöhnlich. Mich hat sie tief beeindruckt. Ja, da ist sie the one and only. Bella Schrader. Bella Schrader. Hey, wir sind so ein Spiel. Was denn? You know that it would be our truth. You know that I would be your lawyer. If I was to say to you. Girl, you couldn't get my time. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Dann. Gut. Gut. Du warst klasse, Long. Wissen die Leute überhaupt, dass du sowas noch nie gemacht hast? Nee. Sorry. Ich wollte nur kurz was sagen. Also, Bella Schrader ist klar kein Geheimtipp, sondern nur eine Hausfrau, die eigentlich nur dann sinkt, wenn sie Staub saugt. Aber ich gebe es zu, das war immer schon mal ein Traum von mir, irgendwo aufzutreten. Ja, und wenn ich es jetzt nicht gemacht hätte, hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht. Insofern wollte ich euch nur Danke sagen, oder dir, dass du mir das ermöglicht hast. Aber dann traurig. Das war sehr gut. Mutig, ja. Nee, ehrlich, war großartig. Das habe ich eigentlich nur gemacht, um meine Tochter nicht zu blamieren. Wie, das ist Ihre Tochter? Mhm. Wann haben Sie die denn gekriegt? Mit zwölf? Nee, sagen Sie mal, hätten Sie nicht Lust, zusammen zu mir in meine Sendung zu kommen? Ich bin nämlich Moderatorin beim Familienfunk und ich suche dringend gute Gäste. Woher wollen Sie denn wissen, dass wir gute Gäste sind? Erstens habe ich sowas im Gefühl und zweitens ist das Thema Mütter und Töchter. Da kennen wir uns allerdings aus. Ach, nee. Ja, und außerdem macht das einen Riesenspaß. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Nee, das sagen Sie nach diesem Auftritt. Gibt's da auch Geld? Lucy, bisschen. Dann könnte ich mir ewig neue Nikes kaufen, Mama. Können wir uns das nicht noch ein bisschen überlegen? Ja, das Problem ist, die Sendung ist schon in drei Tagen, weil wir sind nämlich Gäste abgesprungen. Drei Tage. Also, ich bin dabei. Hey, Entschuldigung, aber ich muss hier nach Hause. Lucy! Geben Sie sich einen Druck. Wo gehen wir denn hin? Wart's ab. Nee, und wie gesagt, und dann habe ich ihr meine Telefonnummer gegeben. Was hast du gesagt? Das muss verrückt gewesen sein. Am Ende kriege ich sowieso kein Wort raus, das weiß ich jetzt schon. Hör auf, dich klein zu machen, Bella. Das hast du nicht nötig. Sag mal, Niki, schon in Ordnung, oder? Jetzt vergiss mal Lucy. Die weiß schon, was sie tut. Hoffentlich. Hör auf mit dem Quatsch. Mäuschen, Mäuschen, gib einmal. Oh Mann, ist nicht komisch. Hey, bist schon du, oder? Nein. 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 Musik Nein, zieh ich nicht an. Ich schlafe ohne. Edda, von wem stammt der Satz, es wäre eine Sünde, sich jetzt nicht zu küssen? Keine Ahnung. Marlene Dietrich. Oh nein, Edda, von dir. Ich wäre damals fast in Ohnmacht gefallen. Ist nicht wahr. Ich habe mich doch nicht mal getraut, dir zu sagen, dass ich dich süß finde. Na ja, du hast dich damals ein bisschen anders ausgedrückt. Wie? So. Seine Kinder schnau dir. Gute Nacht. Und du willst das wirklich übers Herz bringen? Was? Mich ihr Muttersehen allein zu lassen. In einem wildfremden Haus. Martin, seit mein Gatte das Zeitliche gesegnet hat, kam mir kein Kern mehr ins Haus. Die schnarchen und strampeln ja doch nur alle. Ja, ich kann da so ein bisschen über alte Zeiten plaudern und die Kissen liegen ganz zwischendurch. Ich dachte immer, selbst Männer werden mal vernünftig. Ja, leider. Aber wozu ist das gut? Nein, nein, Martin. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Jose Mascar. Dein Mann ist zu hinein, Bella. Ich glaube, das sieht er ganz anders. Aber lass uns jetzt nicht von zu Hause reden. Ich bring dich ganz weit weg von zu Hause. Oh, Scheiße. Oh Mann, meine Mutter ist eingesperrt. Und wenn mein Junge was braucht, dann kommt sie nicht mehr aus ihrem Zimmer. Oh nein. Mom? Tut mir leid, dass ich so ausgerastet bin. Ich weiß... Martin Bergmann. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich schläft erst nach zehn Minuten. Übrigens, das Türschloss werde ich selbstverständlich ersetzen. Ja, kein Problem. Gute Nacht. Gute Nacht. Wer wohnt da? Doro, das ist die Freundin von meinem Vater. Okay. Ich stelle den Wagen da. Micky? Hm? Sehen wir uns heute Abend? Heute Abend ist blöd. Ich habe ein Date mit einer alten Freundin. Ich konnte nicht ahnen, dass wir... Aber wir sehen uns bald, okay? Ciao. Ciao. Lucy? Wo warst du denn so lange? Ich hab mir Sorgen gemacht. Was hast du, Lucy? Bist du sauer, weil ich mit Rilke unterwegs war? Scheißegal, mit wem du dich lächerlich machst. Jetzt ist es für uns alle eine schwere Zeit. Und Rilke... Hör auf! Schließt nichts. Überhaupt nichts. Dir geht's immer nur um dich. Wenn ich dich mal brauche... Dann rede doch mit mir! So kann ich dir nicht helfen! Ich helfe mir schon selbst! Wenn du Omi schon so lange kennst, wirst du Bezugsdüche da nie. Ja, wir haben uns leider aus den Augen verloren. Hast du eine Frau? Und hast du nicht so neugierig? Meine Frau und ich sind seit fünf Jahren geschieden. Und du hast den Jaguar behalten? Nein, den habe ich erst später gekauft. Fährst du mich zum Kindergarten? So, wenn deine Mami nichts dagegen hat. Hm? Bitte? Tschüss! 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 Mama, ihr habt wirklich... Hm? Nee! Mom... Es tut mir leid wegen gestern Abend. Es war echt blöd von mir. Okay? Warum läuft alles so schief zwischen uns, hm? Vielleicht passen wir ja einfach nicht zusammen. Du machst es dir ein bisschen zu leicht, Annabelle. Ja, aber du erdrückst mich manchmal so mit deiner Art. Dann wird endlich erwachsen. Erwarte nicht dauernd Bestätigung von mir. Du bist es doch, die für alles Noten austeilt. Weißt du, was das Deprimierende ist? Dieses Gespräch hatten wir wortwörtlich schon vor 20 Jahren. Es hat sich nichts verändert. Mom, und es wird sich auch nichts ändern, wenn wir uns immer wieder was vormachen. Die Wahrheit ist doch... Du hast mir bis heute nicht verziehen, dass du wegen mir deine Karriere-Träume geopfert hast. Du wolltest kein Kind. Aber das stimmt nicht, Annabelle. Ich wollte dich immer. Ich hab's mir vielleicht einfacher vorgestellt als Mutter. Du empfindest dein Leben als verpfuscht, und ich bin schuld daran. So sieht's doch aus. Nein, Annabelle. Sicher, manches ist nicht so gelaufen, wie ich es mir erträumt hatte. Aber das ist doch normal. Bist du da wirklich ehrlich zu dir, Mom? Wir dürfen nicht aufhören, es miteinander zu versuchen. Du musst doch nicht weinen. Ich hab mich nur an meine blöden Kontaktlinse noch nicht gewöhnt. Hallo. Hey, Diffi. Schade, dass du nicht mitkommen kannst. Ich war mit ein paar Leuten zum Glader sehen. Davon hast du mir gar nichts gesagt? Mach nicht so ein Gesicht. Wir fahren auch mal hin. Ich bin ein super Saufläger. Ich muss raus. Wir sehen uns, okay? So geht das nicht. Okay. Stell dir einfach vor, dein Traummann beobachtet dich heimlich. Traummann? Ähm, Traummann. Dreamboy. Brad Pitt? Oh, I don't like Bradpitts. Friedrich. Sekunde. Was machst du denn hier? Wir sehen uns doch heute Abend. Doro, ich kann nicht heute Abend. Ich hab keine Zeit. Ja, ich muss endlich mal wieder alleine sein. Ich muss doch erst mal begreifen, was überhaupt passiert ist. Doro, ich kann das nicht. So von einem Bett ins andere. Und was bedeutet das für mich? Was das für dich bedeutet? Dass... Dass du nicht mehr bei mir wohnen willst? Ja. Du gehst zurück zu Annabelle. Wann wärst du weg? Es geht dir nichts an. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Hier, Lucy. Damit du dich verteidigen kannst. Jonas, ich hab dich endlich deinen Apfel! Erzähl niemandem, was ich habe, okay? Jonas! Lucy, müsstest du nicht längst in der Schule sein? Die ersten drei Stunden fallen heute aus. Was ist mit der Tasche? Hat Mami dir doch gesagt? Mir hat keiner was gesagt. Ich übernachte bei Silvi. Silvi, eine Schulfreundin. Das ist ewig ausgemacht. Lucy, was ist denn los? Du verstehst doch sowieso nichts. Wenn du mir nichts sagst, kann ich nichts verstehen. Ich wollte Nacht mit dem Jungen zusammen. Zusammen? Wie zusammen? Jonas isst einen Apfel. Lucy, was genau ist passiert? Was wohl? Oh, du meine Güte. Du bist hoffentlich vorsichtig. Na klar. Umi. Ich weiß nicht mal, ob er mich liebt. Lucy. Du wirst mich jetzt für schrecklich altmodisch halten. Für Sex bist du wirklich noch zu jung. Konzentrier dich doch lieber auf die Schule. Schau mal, wenn du das ja nicht schaffst, schadest du nur dir selber. Deine Eltern kommen auch bald zur Vernunft. Dann sieht sowieso alles ganz anders aus. Okay. Ich wusste, dass du vernünftiger bist als deine Mutter. Lucy, du hast etwas vergessen. Was? Wenn die Welt untergeht. Dir geht's doch nicht unter. Pass auf dich auf. Ich brauch dich doch. Ich hör sofort auf, wenn du guckst. Ich guck doch gar nicht. Nasig-Orang. Und wozu schneidest du jetzt den Lauch? Ich mach Risotto. Risotto. Und das Nasig-Orang? Nasig-Orang nehme ich als Grundlage. Wie? Du versuchst allen Erntes aus Nasig-Orang-Risotto zu machen? Wieso nicht? Ist doch beides Reis, oder? Wie wär's, wenn du mich kochen lässt? Das ist der Vorteil von alten Frauen. Manchmal können sie kochen. Jetzt hör sofort damit auf, Bella. Dann schlepp ich dich gleich zu meiner Matratze. Bei Tussis im Namen Alter weiß ich doch genau, wie es läuft. Mit dir hast du es ein großes Abenteuer. Abenteuer. Weißt du, Weißwein da? Weißt du was, Bella? Vergiss das Kochen. Jetzt trinken wir erstmal gemütlich ein Glas Wein. Und dann gehen jetzt eine Grillfeder oder unser. Freunde von dir? Ja. Ich frage ja nur nicht, dass es dir peinlich wird mit mir am Ende. Bella, hast du nicht gemerkt, wie meine Freunde auf die Rad gefahren sind? Bei denen bist du jetzt schon Kult. Kult. Du hör mal, verarschen kann ich mich selber, ne? Ja, ich hab kein Problem. Oder hättest du mich von Spießer, der die Frau auf dir steht, versteckt? Du musst was ein paar Jahre älter ist. Prost. So, dann werde ich mal meine Mutter anrufen. Mal sehen, was sie diesmal sagt. Jonas, da bist du ja. Kaufst du mir ein Gewehr? Ein Gewehr? Wozu denn das? Damit ich sie erschießen kann. Wen denn um Gottes willen? Die Vögel. Wieso willst du denn die armen Vögel erschießen? Damit sie nicht mehr wegfliegen können. Hartwig, Weißrader? Annabelle? Ich glaube, du solltest nicht schon wieder wegbleiben. Wegen Jonas. Kannst du das nicht meine Sorge sein lassen? Ja, natürlich. Du musst wissen, was du tust. Jonas, deine Mutter. Ich hab jetzt leider keine Zeit. Viel Spaß! Wo bist du denn überhaupt? Bei meinem Liebhaber. Ich dachte mir, was meine Mutter kann, das müsste ich ja auch noch hinkriegen. Annabelle, mach keinen Fehler. Verbaue dir nicht den Weg zurück zu Friedrich. Aber, wie gesagt, du musst wissen, was du tust. Genau. Also, bis dann, ja? Tschüss. Von Das Till Dawn fand ich total abgefahren. Juliette Lewis ist der absolute Wahnsinn. Wenn ich ein Typ wäre, käme für mich nur die in Frage. Aber die Selby Metal Band war so ätzend. Svenja hat mal wieder nicht richtig geblickt. Das war eine Persiflage-Mädchen. Da hab ich das gecheckt. Aber auch erst, als die auf einer Leiche Gitarre gespielt haben. Das ist eigentlich ein Lieblings-Mädchen-Bäller. Ich weiß nicht. Easy Rider vielleicht. Easy was? Easy Rider ist schon ein bisschen älter. Da fahren zwei ausgeflippte Typen mit einer Harley durch Amerika. Wow. Klingt echt spannend. Die Musik hab ich rauf und runter gehört. Born to be white. Ist dann auch sowas wie ein Lebensmotto von dir geworden, oder? Vielleicht, ja. Ich glaub, der Ex von meiner alten stand auch auf dem Film. War so ein feindlicher Hippie. Jetzt fängt er bei einer Ese-Sekte rum. Mit Esoterik müsstest du dich doch auch auskennen, oder, Bella? Jetzt hör mal auf, Sandra. Es reicht. Mit Esoterik kenn ich mich nicht aus. Aber mit Haus- und Gartenarbeit, kleinen Kindern und nervenenden Teenies. Ey, Bella, das war doch nicht so gemeint. Hey, was machen wir heute Abend? Sag, sag, komm! Komm! Lass uns doch was anfangen in heute! Ey, 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 ey! Hey! Lucy, was ist passiert? Ist mein Vater da? Komm rein. Ist er da? Nein, er hat sich ein Zimmer in einer Pension genommen. Komm doch erst mal. Ich dachte, ihr liebt euch. Möchtest dein Wasser? Du hast nur mal Bock auf ihn gehabt. Bedeutet ja weiter nichts. Lucy, eins musst du mir glauben. Wenn ich nur einfach scharf auf deinen Vater gewesen wäre. Ich hätte mich zurückgehalten. Was willst du dann? Eigentlich wollte ich ja immer eine Familie. Eine Familie wie eure. Dann such dir einen anderen. Aber mach nicht unsere Familie kaputt. Ach, Lucy, ich... Ich weiß ja, dass ich für dich an allem schuld bin. Aber glaub mir, wenn die Ehe deiner Eltern nicht schon in einer Krise gewesen wäre, dann wäre das alles nicht passiert. Ich weiß, das ist schwer zu begreifen. Sag, mein Vater, ich hätte nie gedacht, dass er so eine Flasche ist. Lucy, wo willst du denn hin? Lucy, bleib doch hier. Was ist denn? Der Rilke hat sie nicht mehr alle. Born to be wild. Einmal Hausfrau, immer Hausfrau. Haltet die Schnauze, verdammt. Ich muss sie nicht mehr sehen, wenn sie dich nerven. Ich meld mich hier oben. Ben, ich will jetzt endlich wissen, was los ist. Bist du wirklich wegen der paar blöden Bemerkungen so eingeschnappt? Es war schön mit dir. Und so möchte ich es in Erinnerung behalten, okay? Es wird noch oft so schön sein. Was willst du denn mit ner Mutti mit zwei Kindern? Und ich hab keine Lust drauf zu warten, bis mich ner... ner Jüngere ablöst. Das ist doch Quatsch. Und das alles soll vorbei sein? Einfach so? Einfach? Einfach nicht. Tschau. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Schatz. Was ist los? Was machst du denn hier? Ich hab mal hier gewohnt. Was du nicht sagst. Lucy ist verschwunden. Wie verschwunden? Wieso ist sie überhaupt weg? Du weißt doch ganz genau, dass sie nicht weg darf, wenn sie am nächsten Tag Schule hat. Lucy hat deiner Mutter erklärt, sie würde bei Sylvie übernachten. Na und? Ist sie nicht bei Sylvie, oder was? Sylvie ist vor einem halben Jahr weggezogen. Ich möchte jetzt wirklich nicht mit Ihnen diskutieren, warum Lucy die Schule nicht schaffen wird. Ich möchte, dass Sie herausfinden, ob eine Klassenkameradin weiß, wo sie sein könnte. Charlie? Gut, dass Sie da sind. War Lucy beim Training? Nicht. Das verstehe ich nicht. Sie hat mir gesagt, Basketball macht ihr wieder Spaß. Vorgestern. Schon länger nicht mehr. Aber die Reitstunden werden doch regelmäßig abgebucht. Ein Buchungsfehler. Ist ein merkwürdiger Zufall. Sie hören von mir. Da meldet sich ein Niki oder Rilke. Bei denen könnte sie auch sein. Ja, schade ist mein Name. Sagen Sie, Herr Rilke, ich bin auf der Suche nach meiner Tochter Lucy. Könnte es sein, dass sie vielleicht bei Ihnen ist? Ah, schade. Vielen Dank. So hat das keinen Sinn, Annabelle. Ja, dann mach mir doch einen anderen Vorschlag. Ihr müsst zur Polizei gehen. Und der Zeitpunkt des Verschwindens? Gestermittag. Hat sie denn persönliche Gegenstände mitgenommen? Ich weiß nicht. Das können wir aber noch herausfinden. Können Sie sich denn einen Grund vorstellen, warum sie verschwunden ist? Schulprobleme? Ja, ja, Schulprobleme. Na ja, wir haben seit einiger Zeit eine Ehekrise. Selbstmordgedanken hat Ihre Tochter aber nicht geäußert. Nein. Regen Sie sich nicht auf. Nach unserer Erfahrung sind 90 Prozent aller Ausreister nach zwei Tagen wieder zu Hause. Also erst mal ruhig bewahren. Weißt du, wo Niki ist? Am Gardasee beim Surfen. Könnte Lucy bei ihm sein. Dann bringt er sie wieder zurück. Hast du eine Adresse, Telefonnummer? Weißt du, vielleicht die Buchten, wo er surft. Ja, ich war mal da. Du könntest doch. Ich meine, du wärst in drei Stunden da. Ich würde mich jetzt nicht verrückt machen. Anna, bei Lucy ist kein Kind mehr. Okay. Wenn sie morgen immer noch nicht da ist, fahre ich runter, ja? Guten Tag. Mein Name ist Friedrich Schrader. Hallo. Eigentlich wollte ich dich fragen, ob du heute Abend schon was vorhast. Ein Kumpel von mir veranstaltet einen Poetry Slam. So eine Art Dichterlesung. Lenkt dich sicher ab. Na komm, lass sie nicht hängen. Können Sie sich mal vorstellen, dass meine Frau jetzt andere Probleme hat? Hey, Bella, wenn meine Frau noch was von Ihnen will, dann wird sie sich melden, ja? Ja, Schrader? Ja, Marion, natürlich erinnere ich mich an Sie. Es geht um die Sendung morgen. Tut mir leid, ich muss Sie leider enttäuschen. Ja, ich habe momentan große familiäre Probleme und eine Talkrunde mit dem Thema Mütter und Töchter ist, glaube ich, das Letzte, was ich momentan brauche. Ja, nicht böse sein, ja? Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Gut, danke. Lose hat sich total auf der Radio schon gefreut. Sie wollte Mama den Kopf waschen. Was bedeutet das eigentlich? Das heißt, sie wollte Mami die Meinung sagen. Hätte es mal gemacht. Hast du mit der Redakteurin gesprochen, Annabelle? Ich habe abgesagt. Moment mal. Du könntest doch in der Sendung eine Suchmeldung machen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Lucy ausgerechnet in dem Moment Radio hört. Das ist doch Quatsch. Ja, wieso? Ein Versuch wäre es doch wert. Ich schaffe das nicht, dahin zu gehen. Dann begleite ich dich. Das Thema ist doch Mütter und Töchter. Ich fand ja bestimmt nur junge Leute. Also, das wollen wir mal sehen. Wir müssen das für Lucy tun. Mom, das ist keine Fernsehsendung. Muss ja nicht jeder sehen, dass ich heute Nacht kein Auge zugetan habe? Frag mich mal. Und wenn ich kurz eingenickt bin, habe ich von Lucy geträumt. Noch drei Minuten bis der Sendung. Ich komme ja dann und hole sie ab, ja? Ach, ich glaube, mir wird schlecht. Komm, stell dich nicht so an. Heutzutage war jeder Trottel schon mal in einer Talkshow. Bist du überhaupt nicht nervös? Ich starbe fast vor Lampenfieber. So, jetzt sind wir so weit, ja? Noch 20 Sekunden. Bitte wird nicht zu privat, Mom. Was denkst du denn du? Ich werde dir sagen, dass wir uns wunderbar verstehen. Du musst ja nicht gleich übertreiben. Sie hören F3, das Familienradio mit der Mittagstalkshow, sag's doch gleich. Heute geht es um Mütter und Töchter. Von einem sachkundigen Psychologen habe ich mir sagen lassen, dass der Mutter-Tochter-Konflikt das Thema Nummer 1 ist unter Frauen, noch vor Sex und der Angst vor dem Älterwerden. Als Gäste begrüße ich heute die 15-jährige Yvonne und ihre 40 Jahre alte Mutter Erika Messner. Außerdem freue ich mich, begrüßen zu dürfen Annabelle Schrader und ihre Mutter Edda Hartwig. Edda, darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind? Wenn Sie mir erklären, was das mit dem Thema zu tun haben soll. Also gut, ich bin 20 Jahre älter als meine Tochter. 22, Mom. Und Sie haben Enkel, habe ich gehört. Ja. Dann kann man davon ausgehen, dass Sie eine Frau sind mit sehr viel Lebenserfahrung und die auch bestimmt ihre ganz eigenen Ansichten zu diesem Thema hatten, nicht wahr? Das will ich doch annehmen. Okay, sorry? Ja. Beginnen würde ich gerne mit Yvonne, die mir erzählt hat, dass ihre Mutter ihre beste Freundin ist. Ja, das stimmt. Wir verstehen uns supergut. Aber vielleicht möchte meine Mama zuerst noch was dazu sagen? Ja. Ich muss sagen, die Yvonne ist ein super Mädchen. Zum Beispiel hat sie mir neulich erklärt, sie möchte sich für einen Ehemann aufheben, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und da habe ich sie überhaupt nicht beeinflusst. Ja, aber bei Ihnen beiden ist doch bestimmt auch nicht immer alles eitel Sonnenschein, oder? Eigentlich schon. Vielleicht kommt das daher, dass meine Yvonne mir sehr ähnlich ist. Das ist ja, als ob man zu süßen Kuchen essen würde. Oder ist das eine Werbesendung hier? Sie trauen dieser Harmonie also nicht ganz, Edda. Wie ist es denn bei Ihnen beiden? Ja, also, offengestanden ist unser Verhältnis ziemlich problematisch. Aber ich wollte vorher noch was anderes loswerden. Und zwar sollte ja hier nicht meine Mutter sitzen, sondern meine Tochter. Aber die ist vor zwei Tagen verschwunden. Wir wissen nicht, wo sie ist. Und wir wissen nicht, ob sie uns hört. Lucy, ich habe viel nachgedacht. Und sicher, ich habe viele Fehler gemacht. Aber bitte kommt zurück, ja? Entschuldige, Annabelle. Vielleicht könnten wir die anderen Gäste auch ein bisschen ins Thema mit einbinden. Erika, ist es Ihnen denn auch schon mal passiert, dass Ihre Yvonne ausgebüxt ist? Ist sie nicht. Lucy, ich war so mit meinem Problem beschäftigt, dass ich mich zu wenig um dich gekümmert habe. Und gerade jetzt hast du mich so dringend gebraucht. Es tut mir leid, mein Schatz. Annabelle, bitte. Ähm, Yvonne, wenn deine Mutter sich mit solchen Worten an dich wenden würde, kommst du da... Jetzt lassen Sie sie doch ausreden. Noch einen Satz, ja? Lucy? Keiner von uns ist perfekt. Und ich schon gar nicht. Und bestimmt werde ich es auch nie sein. Und deshalb brauchen wir uns doch so dringend. Okay? Bitte komm nach Hause. Küsschen, Mami. Dankeschön. Vielleicht hätten wir ihr mehr ins Gewissen reden sollen. Wahrscheinlich begreift sie gar nicht, was wir uns für Sorgen machen. Ich finde, ihr habt das ganz wunderbar gemacht. Ja, angesichts der Tatsache, dass wir sonst immer gegeneinander arbeiten. Ach, sie hat uns wahrscheinlich überhaupt nicht gehört. Sie sitzt irgendwo allein und denkt, dass sie uns völlig egal ist. Eigentlich bin ich an allem schuld. Wieso bist du an allem schuld? Keiner ist an allem schuld, Jonas. Wir teilen uns das Gericht. Und an was bin ich dann schuld? Ah! Lucy. Annettchen, Mama. Lucy. Wie wär's damit, Mom? Ha? Unser Weihnachtsengst. Ach, das gibt's doch nicht. Mein Gott. Da kommen Kindheitserinnerungen hoch. Ich hab den wirklich nicht gefunden letztes Jahr. Lass mal, Annabelle. Er ist wirklich ziemlich hässlich. Wir haben ihn doch jedes Jahr. Ist doch kein Problem. Komm. Es muss doch nicht immer so sein, wie es war. Aber wenn er dir doch Freude macht. Er ist da. Und das ist gut. Das ist gar nicht so einfach, was. Papa! Sag mal, könnten wir es dieses Jahr mal lockerer angehen lassen? Ohne den ganzen Stress. Frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten. Gut siehst du aus. Ja, siehst du? Schicke Anzug. Ja, hab ich mir ganz alleine gekauft. Fröhliche Weihnachten, Friedrich. Fröhliche Weihnachten. Ja, und jetzt noch einmal kurz. Und das bedeutet echt fröhliche Weihnachten? Ja. Schöne Aufnahmen. Wer hat die gemacht? Ach, ähm... Eine Bekannte. Nicht so wichtig. Doch, sehr wichtig. Ich hab ja noch ein Geschenk für dich. Ein Gutschein. Oh, wie schön. Du kannst ja schon überlegen, was du brauchst. Vielleicht was für deine neue Wohnung. Ach, da hätte ich schon eine Idee. Wisst ihr, in meiner Wohnung, da hat es nämlich leider einen Wasserschaden gegeben. Und ich hab mir überlegt, vielleicht könnte ich ein paar Tage bei euch unterschlüpfen. Oh ja, Papa. Wäre das denkbar? Nein. Oh ja, Papa. Untertitelung des ZDF, 2020